Ja, da hat sie überhaupt nicht aufgepasst. Jetzt ist der Platz da. Da ist jetzt alles frei. Unglaublich, wie sie den reinmacht. Da zeigt sie, was für eine fantastische Technikerin sie ist. Also wenn so ein Skorpion-Kick im Tor landet, dann ist es mindestens mal das Tor des Monats. Hier hat aber auch alles gepasst. Ein überragendes Tor. Das können wir hundertmal angucken. Das war's für heute.